Was ich hier machen, ist ein HIT, ein sogenanntes High Intensity Interval Training, das heisst, es gibt ein sehr kurzes Intervall, 20 Sekunden ist das, welches ultraintensiv ist und nachher jeweils ein 10 Sekunden Intervall zum Erholen, wobei es dann sozusagen keine wirkliche Erholung mehr stattfindet, wie man es daran sehen wird. Das Ganze wiederholt sich, mehrere Mal wird von Musik begleitet, ein bisschen mit Ton und ja, los geht's. Okay, das war der Vorbereinig. Spiegel ist auf CardioPlaylist.com. Get ready. Spiegel ist auf CardioTytitel vom Joune Trenner. Ja, es ist gut. Ja! 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 Ja. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Ha! Ha! Oh fuck herr ahhh 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 ok Gut, das ist jetzt 20-10 Intervall in mehreren Durchgang und wie man sieht ist das ziemlich eine starke Blaschig natürlich für das Herz aber sehr effizient Training So, wir haben jetzt auch schon sehr hart